So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Info-Video. Ja, und zwar ändere ich ein bisschen was in meinem Upload-Plan, aus dem Grund, weil das jetzt etwas viel wird, wenn jetzt bald wieder die Shooter anfängt, drei Videos am Tag, ne, ihr werdet ja jetzt gemerkt haben, ETS ist ja jetzt schon mal ab und zu ausgefallen und ich wurde jetzt auch keine neuen Folgen mehr, das heißt, ETS wird jetzt wieder pausiert, einfach aus dem Grund, weil das das Projekt ist, das einfach am schlechtesten ankommt, leider. Ja, und ja, Space Engineers und SMP laufen wie gehabt weiter, da wird sich jetzt erstmal nichts dran ändern und dann wird ab dem 14. oder 15. noch ein neues Projekt anstatt ETS 2 kommen. Ja, mal gucken, wie ich das dann mache, das kommt dann drauf an, was besser läuft, entweder das oder Space Engineers und das, was schlechter läuft, werde ich dann noch das Wochenende verlegen, dann eine Stunde am Wochenende immer. Ja, hoffe ich, dass es wieder so hat, wenn wir noch mit dem so kleinen Info-Videos, bis denn und tschö.